Kommen sie ran, kommen sie ran, let's have some fun, meine Freunde. Hanso, ne? Guck mal, guck mal, guck mal. Bin ich langsamer als alle anderen? Alter. Bei der Ulti hast du 8 Sekunden Zeit, sehe, 3 Spots hast du und irgendwie, wie du Artillerie machen kannst. Ja. Die werden reviven gleich. Ach man, gern ich euch, ich hab einfach weitergeprügelt, weil ich nicht geklappt hab, dass der da rumfuchtet, mit seinem Brotmesser. My bad. Alter, ne Bash, wenn der damage boostet wird. Das ist auch spannend. Es ist einfach mal ein Spiel, wo keine Fähigkeiten da sind. Wo du wirklich normale Menschen spielst, die nicht irgendwelche super tollen Fähigkeiten haben. Ja, aber du wirst dann die ganze Zeit fächt, aber gar nichts drehen. Ist egal, du kannst selber. Einfach. Boah, ich würde mir das eigentlich so dauerhaft zu suchen gehen, der er wird. Can we get our side, guys? Right side, come on, let's go right side. Überholt ab. Gut. Ich dachte, da kommt auch mal irgendwas, ein restliches Team hinterher. Äh, unser Tank ist auch wieder richtig gut dabei. Ja gut. Unser, unser Senator hat 600 Schaden gehalten. Aber wir schließen beide mit 8000 Damage. Ja gut. Mal gucken. Ach, 8000. Nein. aber es ist schönes zu wollen jetzt nicht mehr der hallo wusste hier weil sie euch wundern warum da gar nicht so gut reingeht oder warum du dich wundern aber als kleiner junge damals meine eltern konnten sich keine richtig schnelle internet leitung leisten deswegen habe ich damals nur mit 200er pings call of lüte gespielt deswegen ich weiß wie man damit umgeht das war richtig schön um wieder ja ich war bei der hat alleine also der hat entspannten schuppe gemacht so kommen auch auf unsere 8000 damit ja 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 hat auch keine antwort aufgehen ja also ich bin ja gar kein dealer ich wollte gerade in rotok ein ich bin auch los ich dachte so hart gerade ich vom tischspieler nein der passion da oben da hat er sich auch geboostet gerade und ja er hat doch schön runtergefischt Easy Bruder, easy, habt ihr das gesehen? Ne, leider nicht, ich war konzentriert, Mann, ich wollte dich wieder heilen, Mann. Ja, heim ich mal jetzt, Mann. Trick immer rechts, trick wegen der Heilung, ey. Yo, okay, best schon, hallo, berühren sich mal irgendwann, Mann. Nein, wie ich da einfach weggemacht werde, weil mich Lucio so hart countert. Ich hoffe es doch. Der Server ist doch auf unserer Seite. Ne, ist er nicht. Doch, ist er. Die hat mich so gut weggedrückt, da, die. Robo, Alter. Sehr geil, mach weiter so, hm? Da baut sich ein Zelt auf, hallo. Komm, 8000 Level schon geschafft, du jetzt auch noch und dann haben wir doch, haben wir es da hinbekommen. Oh, best schon, ist so one wieder, jetzt nicht mehr. Nee, 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 reicht das? Ja. Boah, nee, bitte. Ja, ich bin kein Leader. Nein, 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 nein. Doch, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Ich mach halt, one, one hit. Sehr geil. Boah, war das ein Kram. Oh, haben wir das gerockt. GG, guys. Well, freaking played Rotog, my friend. Da, 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 da. Oh, da stand aber auch perfekt, ey. Nice. Wasch nix.